Wenn Sie die Maschine das erste Mal starten, sollten Sie die Maschine Standalone starten, nicht als Plugin. Wenn Sie die Maschine Standalone starten und haben viele Plugins installiert, dann kann es sein, dass Sie ein bisschen warten müssen, bis die alle gescannt sind. Für spätere Vorgänge können Sie das ausschalten, nämlich hier unter File, Preferences, Plugins, Manager, Scan als Startup machen wir aus. Dann hat man diesen Scan-Vorgang, der manchmal lange dauert und meistens beim zweiten Mal noch schneller geht als beim ersten Mal. Dann hat man diesen Scan-Vorgang beim zweiten Mal gar nicht mehr, der einen vielleicht nervt. Jetzt mal kurz hier das Interface. Wir haben hier auf der linken Seite den Browser. Den Browser können wir hier ein- und ausblenden. Wir haben hier einen Ausschalter. Der schaltet nicht nur den Szene-Bereich aus, den wir hier oben sehen, wo man Patterns arrangieren kann, sondern der schaltet auch die gesamte Maschine aus. Hier unten ist ja der Pattern-Bereich und hier haben wir auch noch einen kleinen Lautstärkeregler in der Software. Das Tempo Ihres Projektes können Sie hier oben einstellen und das Taktmaß kann man hier auch verändern. Hier kann man außerdem noch den Swing-Faktor einstellen. Ich habe meinen Controller per USB angeschlossen. Ich sehe hier an diesem Icon, dass eine Verbindung besteht zwischen dem Controller und meiner Software. Wenn Sie dieses Icon nicht sehen oder wenn es nicht erleuchtet ist, dann ist Maschine nicht connected. Ich klemme Maschine mal hier mit Gewalt ab und Sie sehen, das Ding ist weg. Jetzt schließe ich es wieder an und Maschine connectet sich automatisch. Wir haben hier in den Audio & MIDI Settings zum einen die Konfiguration einzustellen, welche Sample-Rate benutzt wird und welche Latenz. Geringere Latenzen sorgen dafür, dass ich schneller meine Sounds höre, nachdem ich sie spiele. Für Drummer ist das besonders wichtig. Höhere Latenzen haben aber auch manchmal den Vorteil, dass Projekte, die viel Rechnerleistung beanspruchen, eventuell noch abgespielt werden können, wo sie bei niedrigeren Latenzen nicht abgespielt werden. Da wir hier eine Sample-Rate von 48.000 Samples pro Sekunde haben und hier die Latenz auch in Samples angegeben wird, spielt es natürlich eine Rolle, wie viel Samples pro Sekunde es per Sample-Rate gibt. Bei einer Sample-Rate von 96.000 würde dieselbe Latenz eine wesentlich kürzere Zeit bedeuten. Wie groß die Zeit ist, sieht man dann letztlich hier auch. Ich kann hier im Grunde genommen eine von mehreren Soundkarten aussuchen, die ich installiert habe. Beim Windows-Rechner ist das natürlich ein bisschen anders. Aber interessant ist vor allen Dingen hier beim Routing, dass es hier grundsätzlich 16 Stereo-Outputs und 4 Stereo-Inputs gibt, die man hier connecten kann. Und jetzt habe ich hier mal so eine etwas schräge Connection gemacht. Das heißt, Input 1 ist hier gar nicht mit dem In 1 verbunden, sondern mit dem In 4. Das hat den Sinn, dass in Maschine man einfach hier diese Inputs und Outputs für irgendwelche Presets angibt. Und die können dann natürlich auch bestehen bleiben, wenn man hier die Soundkarten- Konfiguration ändert oder eine andere Soundkarte anschließt. So ist das jetzt hier auch mit den Outputs zu sehen. Es gibt in Maschine grundsätzlich 16 Outputs. Ich habe aber nur zwei Outputs konfiguriert. Unter den MIDI-Verbindungen sehe ich, was hier gerade angeschlossen ist. Ich habe zum Beispiel hier ein Nano-Key-Keyboard angeschlossen. Damit das aber auch an Maschine sendet, muss ich es hier erst anmachen, beziehungsweise ich müsste es hier dann bei Outputs anmachen, wenn ich möchte, dass Maschine an diese Controller was sendet. Das sind also hier die Audio und MIDI-Settings. Ich kann auch noch einstellen, ob Maschine zu einer externen MIDI-Clock synchronisiert wird oder selbst MIDI-Clock-Daten sendet. Dazu in späteren Kapiteln mehr. Wir haben aber hier außerdem noch weitere Preferences im Menü File-Preferences. Da gibt es eine ganze Menge und zwar einmal hier grundsätzliche Einstellungen. Wird das letzte Projekt geladen? Ja, nein. Wo ist der bevorzugte Projektordner? Was habe ich hier eventuell für einen Versatz, wenn ich diese MIDI-Clock benutze und empfängt der Input alle MIDI-Kanäle oder nur bestimmte? Dann kann ich hier einstellen, was habe ich hier für eine Standardlänge für Patterns und wie stelle ich meine Quantisierung ein? Wird die Quantisierung für Aufnahme und Wiedergabe benutzt oder quantisiere ich nachträglich oder quantisiere ich bereits bei der Aufnahme und nur bei der Aufnahme? Wenn man jetzt hier Quantisierung für die Aufnahme einstellt, passiert aber trotzdem nichts, wenn hier in Maschine der Grid auf Off steht. Also die Quantisierung richtet sich immer nach dem eingestellten Grid. Den stellt man ein hier bei festgehaltener Grid-Taste. Dann gibt es hier Template-Projects, die geladen werden, wenn man Standalone-Maschine öffnet oder wenn man Maschine als Plugin öffnet. Hier wird jetzt erstmal einfach nur ein leeres Plugin geöffnet, aber ich könnte mir hier auch ein vorbereitetes Projekt einstellen, was sich dann automatisch öffnet. Interessant zu sehen ist auch, wenn man jetzt hier dieses Projekt schließen will, dann geht das hier auf dem Mac zumindest gar nicht, sondern ich muss hier erst ein neues Projekt öffnen. Da ist allerdings jetzt gerade sowieso hier nichts drin gewesen. Deshalb lade ich jetzt hier mal so ein Kit rein und wenn ich jetzt ein neues Projekt öffne, dann werde ich gefragt, soll ich das alte speichern oder nicht? Und ich sage Nein und dann lädt hier das neue Projekt. Zurück zu den weiteren Preferences. Unter User Path stelle ich ein, wo meine Sounds standardmäßig gespeichert werden. Ich kann hier zusätzliche Ordner hinzufügen oder auch wieder entfernen und dann das Ganze neu scannen lassen. Das Scannen hat den Zweck, dass die Sounds aus dem Ordner hier in dieser Datenbank von dem Browser auftauchen, wo ich relativ schnell Sounds finden kann. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Kick suche in den Samples, dann kann ich hier mal eben alle 808 Kits vorhören und das geht natürlich schneller, als wenn ich hier per Disk im klassischen Sinne nach Ordnern suche. Auch wenn ich hier so einen Ordner zu den Favoriten hinzufügen kann und hier natürlich meine Favoriten schnell aussuchen kann oder jetzt sogar sagen kann, dieser Ordner soll zur Library hinzugefügt werden, dann werden die Inhalte dieses Ordners auch in den Browser gepackt. Weiter in den Preferences sehe ich hier unter Libraries die installierten Sounds von Native Instruments Complete. Das sind natürlich eine ganze Menge. Mit Maschine mitgeliefert wird Complete Elements und Massive, also auch wenn sie Complete nicht installiert haben, beziehungsweise nur die reduzierte Version installieren, dann sieht man hier eine ganze Menge. Hier kann man jetzt keine Ordner hinzufügen, aber in den User Paths kann man die hinzufügen. Dann gehen wir hier auf die Plugins Page. Dafür gibt es auch nochmal ein separates Video. Wir sehen hier die Orte, wo die Plugins gespeichert sind. Wir sehen im Manager, welche Plugins hier gerade geladen sind. Wir sehen, dass Maschine gerade im 64-Bit-Mode läuft und die 32-Bit-Plugins werden jetzt angezeigt. Würde Maschine im 32-Bit-Mode laufen, würde man hier die 64-Plugins sehen, die es alternativ gibt. Man kann hier auch unter Locations neue Orte hinzufügen, wo Plugins rumliegen. Ich habe hier zum Beispiel gesagt, ich möchte nur meine Mac AU-Plugins drin haben und nicht die VST-Plugins. Würde ich jetzt hier einen Ordner hinzufügen, dann kann man den dann auch scannen. Wenn man die VST-Plugins hinzufügt, hat man vielleicht den Vorteil, bei einem Transfer auf dem PC eventuell Kompatibilität zu haben, denn auf dem PC kann es gar keine Audio-Unit-Plugins geben. Aber wenn man hier auf dem Mac sowohl Audio-Units als auch VST-Plugins hat, dann kann man auch gut durcheinander kommen. Deshalb habe ich das hier weggelassen. Für die Hardware kann man jetzt noch die Helligkeit des Displays und des Kontrasts einstellen und die Empfindlichkeit der Pads sowie Empfindlichkeitsverläufe für gespielte Anschlagstärken, also Velocities. Und hier gibt es außerdem noch die Möglichkeit, nach einem bestimmten Schema einzufärben. In der Hardware kann man den Kontrast natürlich auch einstellen, aber das zeigen wir in den Hardware-Tutorials, wo wir auch nochmal einen Unterschied machen zwischen den Controllern. Also hier sehen wir, welcher Controller angeschlossen ist. Das ist jetzt hier gerade Maschine Mark II. Man könnte aber auch hier jetzt einen anderen Maschine-Controller anschließen. Hier dieses Icon zeigt mir, dass diese Instanz hier gerade mit einem Maschine-Controller verbunden ist. Wenn man mehrere Maschine-Plugins aufhat zum Beispiel, dann kann man über die Hardware auch umschalten zwischen den verschiedenen geöffneten Instanzen oder man klickt hier einfach in der Software auf diesen Button und dann connectet sich dieser Button mit dem hier auszuwählenden Controller. Wir finden natürlich außerdem hier in der Software unter Help alle möglichen Manuals, die sich dann auch auf die unterschiedliche Hardware beziehen. In den Manuals ist ja für die meisten Arbeitsschritte noch erläutert, wie man es mit der Software macht und wie man es mit der Hardware macht. Das heißt, wir brauchen natürlich ganz viele unterschiedliche Manuals, je nachdem, welche Hardware benutzt wird. Und dann gibt es hier auch noch Content-Manuals, die mit installiert werden, wenn wir Complete-Inhalte installieren. Bevor wir uns der Hardware widmen, schauen wir uns aber nochmal hier die Größe des Fensters an. Also hier gibt es auch die Möglichkeit, einen Fullscreen aufzumachen oder man kann hier den View auch auf Small machen. Hier sieht man mein Bildschirmprogramm, was hier aufnimmt. Man könnte jetzt auch hier die Ansicht auf Large machen und das ist dann zu groß. Das heißt, ich komme jetzt hier nicht mehr in diesen Paint-Modus rein. Bei einer größeren Bildschirmauflösung würde das aber natürlich auch gehen. Medium passt jetzt hier ganz gut. Oder wenn ich hier den grünen Punkt auf dem Mac drücke, dann vergrößert sich das Fenster so, wie es jetzt optimal auf meinen Bildschirm passt.